Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Schlussabrechnungen zur Überbrückungshilfe stehen vor der Tür. Auch wenn die Frist aktuell verlängert wurde bis zum 30. Juni 2023 und vielleicht sogar Fristverlängerung bis zum 31.12.2023 beantragen können, sollte man die ganze Thematik nicht auf die lange Bank schieben, sondern man muss sich jetzt damit beschäftigen. Wir haben für Sie ein Webinar produziert, das einen Gesamtumfang von ungefähr dreieinhalb Stunden hat und sich mit allen Problemfeldern beschäftigt. Heute in diesem Nugget möchte ich mir aber ein Problemfeld mal rauspicken, um Sie da ein bisschen für diese Thematik zu sensibilisieren. Und zwar wollen wir heute über die Umsatzdefinition und über die zeitliche Zuordnung der Umsätze sprechen. Ich denke, allen ist klar im Einstieg nochmal, wie sieht das aus mit den Fördervoraussetzungen bei der Überbrückungshilfe? Wir brauchen einen bestimmten prozentualen Umsatzeinbruch, damit wir eine bestimmte prozentuale Förderung der Fixkosten bekommen können. Ich habe Ihnen nochmal eine kleine Zusammenstellung aller Förderprogramme gemacht. Das brauchen wir uns gar nicht im Detail anschauen. Da sind sie nur alle nochmal nebeneinander gestellt, von der Überbrückungshilfe 1 bis zur Überbrückungshilfe 4 und als Besonderheiten die November- und Dezemberhilfe auch noch daneben. Das Einzige, wo ich darauf hinweisen möchte, ist, dass allen Programmen gemein ist, mit Ausnahme der November- und Dezemberhilfe, dass wir halt diesen bestimmten prozentualen Umsatzeinbruch brauchen, um die Förderung der Fixkosten dann zu bekommen. Sie werden Anträge gestellt haben, Sie werden Ihre Umsätze zugeordnet haben, Sie werden einen Umsatzeinbruch ermittelt haben. Sie haben aufgrund dieses Umsatzeinbruchs dann auch die Erstattung der Fixkosten im Zweifel erhalten. Jetzt sind wir auf dem Gebiet der Schlussabrechnung und ich glaube und hoffe, allen ist bewusst, dass die Schlussabrechnung viel mehr ist, als nur die Werte aus der Antragstellung zu übernehmen und dann mehr oder weniger plus minus 0 daraus zu kommen. Das wird im Zweifel nicht so sein. Wenn Sie mit Prognosewerten gearbeitet haben, kann das schon gar nicht so sein, weil ich unterstelle, Sie haben keine hellseherischen Fähigkeiten, aber selbst wenn Sie die Anträge mit Istwerten gestellt haben, dann sollten Sie trotzdem jetzt im Rahmen der Schlussabrechnung darüber nochmal nachdenken, weil es wie gesagt insbesondere nochmal um die Definition der Umsatzerlöse und um die zeitliche Zuordnung geht. Wir beginnen mit der Definition der Umsatzerlöse und schauen uns als erstes mal an den Satz, wie er auch in den FAQs steht, als Einleitungssatz. Dort heißt es, Umsatz ist der steuerbare Umsatz nach § 1 Umsatzsteuergesetz in einem Besteuerungszeitraum beziehungsweise Voranmeldungszeitraum im Sinne des § 13 USTG. Bei den FAQs gilt noch mehr als im Steuerrecht, man muss immer bis zu Ende lesen, denn wenn man glaubt, nach dem ersten Satz hätte man die Thematik jetzt erfasst, ist das natürlich falsch, denn da kommen noch ganz viele weitere Sätze. Dort kommen Fußnoten teilweise, das Ganze auch versteckt in mehreren Textziffern in den FAQs zu den Überbrückungshilfen. Damit Sie das alles nicht nachlesen müssen, habe ich mal versucht, das für Sie ein bisschen grafisch aufzubereiten. Also in dem Grundsatz mit Umsatz ist der steuerbare Umsatz im Sinne des § 1 USTG. Und dann habe ich in einer Tabelle mal dargestellt, was zählt noch zum Umsatz und was ist kein Umsatz. Also was zählt noch zum Umsatz? Der nicht steuerbare Umsatz. Und da sind wir als Steuerrechtler eigentlich gar nicht gewohnt, einen so offenen Widerspruch, weil oben steht, Umsatz ist der steuerpflichtige Umsatz. Und im zweiten Satz zu sagen, der nicht steuerbare Umsatz, der ja wohl kein steuerbarer Umsatz im Sinne des § 1 ist, der ist auch hinzuzurechnen. Das ist aber sachgerecht. Dann stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben einen Mandanten, der bringt Dienstleistung. Der bringt jetzt seine Dienstleistung gegenüber einem ausländischen Unternehmer. Da liegt der Ort der Leistung im Ausland und damit ist das in Deutschland nicht steuerbarer Umsatz. Trotzdem ist es natürlich sachgerecht, ihn als Umsatz im Sinne der Überbrückungshilfe hier zu berücksichtigen. Also das war so der Einstieg, wo der Widerspruch dann schön deutlich wird. Also natürlich gehören auch die nicht steuerbaren Umsätze dazu. Was zählt auch zu den Umsätzen? Die erhaltenen Anzahlungen, werden wir später nochmal ein bisschen drüber sprechen müssen. Und auch die einmaligen Umsätze, zum Beispiel Verkauf aus Anlagevermögen. Zumindest bei den Überbrückungshilfen. Bei der November und Dezember ist es anders, da zählen Sie nicht dazu. Aber bei den Überbrückungshilfen zählen Sie dazu. Wenn Sie wollen, können Sie aber mal so eine kleine gedankliche Verknüpfung ziehen. Und zwar zwischen den einmaligen Umsätzen, die einen Umsatz darstellen, und den Corona-bedingten Notverkäufen, die keinen Umsatz darstellen. Also auch da merkt man schon in der Praxis, man muss sich das ein bisschen genauer anschauen. Wenn also der Mandant eine Maschine verkauft hat, dann wäre dieser Umsatz grundsätzlich als Umsatz im Rahmen der Überbrückungshilfe zu berücksichtigen. Wenn der Mandant jetzt aber sagt, ich musste diese Maschine Corona-notbedingt verkaufen, weil sonst hätte ich meine Gelder nicht mehr zahlen können oder was auch immer, dann wäre das vielleicht ein Notverkauf und wäre dann beim Umsatz herauszurechnen. Was bedeutet das? Wenn ich es beim Umsatz herausrechne, wird mein Umsatzeinbruch höher. Damit bekomme ich im Ergebnis eine höhere Förderung. Also, Sie sehen schon an diesen zwei, drei Beispielen, man muss da sehr genau aufpassen. Was gehört Stand heute unstreitig nicht zu den Umsätzen? Das sind insbesondere die Einfuhren und die innergemeinschaftlichen Erwerbe. Ich erinnere mich noch relativ gut an die ersten Diskussionen bei Ühehilfe 2 ging das ungefähr los, wo einige Bewilligungsstellen gesagt haben, naja, ein innergemeinschaftlicher Erwerb ist doch ein steuerbarer Umsatz im Sinne des Parf 1 USTG. Das gehört da rein. Wurde dann Gott sei Dank relativ schnell einkassiert, weil das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich etwas einkaufe, was hat das mit der Höhe meines Umsatzeinbruches zu tun? Also heute unstreitig, IG Werbe und Einfuhren zählen natürlich nicht zu den Umsätzen im Sinne der Überbrückungshilfe. Dann zählen auch nicht dazu, ganz wichtig für die Praxis die Umsätze innerhalb eines Unternehmensverbundes. Haben Sie mehrere verbundene Unternehmen, dann wissen Sie, Sie müssen nicht nur alle Kosten, die untereinander verrechnet werden, dann neutralisieren, sondern Sie müssen auch alle Umsätze neutralisieren. Also die sind dementsprechend dann herauszurechnen. Was gehört auch nicht dazu? Versicherungsleistungen, Corona-Hilfen und Einkünfte aus privater Vermögensverwaltung. Auch das sind keine Umsätze im Sinne der Definition der FAQs zu den Überbrückungshilfen. Damit haben wir den ersten Punkt eigentlich auch schon erledigt, nämlich die Umsatzdefinition, um uns dann dem zweiten Punkt zuzuwenden, nämlich der Frage der zeitlichen Zuordnung. Auch die kann von besonderer Bedeutung sein, denn die zeitliche Zuordnung zeigt mir ja, in welchem Monat habe ich einen Umsatzeinbruch, in welcher prozentualen Höhe. Und hier müssen wir ein bisschen differenzieren bei der zeitlichen Zuordnung, nämlich zwischen dem Sollversteuer auf der einen Seite und dem Istversteuerer auf der anderen Seite. Fangen wir jetzt mit dem Regelfall an, also mit dem Sollversteuerer. Wann ist der Umsatz zeitlich zu erfassen? Erst zu erfassen im Leistungserbringungsmonat. Und da ganz einfach nochmal der Hinweis, also wann die Rechnungsstelle erfolgt ist, das ist vollkommen egal. Stellen Sie mal folgendes Beispiel vor, ganz fiktiv, aber wir kommen ja aus dem Vortragsgeschäft. Stellen Sie sich folgenden Fall vor, ein Seminar würde veranstaltet, sagen wir mal, am 28. September. Dann ist das Seminar zu Ende, die Leistung ist vollbracht, also der Leistungserbringungsmonat wäre der September. Und jetzt stellen wir uns mal weiter vor, jetzt würde die Rechnung dafür vielleicht erst im Oktober geschrieben, sagen wir mal am 4. Oktober. Und jetzt sei es mal weiter so, würde bei uns niemals passieren, aber sei es weiter so, dass dieser Umsatz dann verbucht würde am 4. Oktober. Dann haben Sie Umsatzsteuer schon mal was falsch gemacht, weil Umsatzsteuerlich, die Umsatzsteuer steht auch mit Leistungserbringung, also im September. Wenn Sie es erst im Oktober unter dem Rechnungsausstellungsdatum buchen, würden Sie die Umsatzsteuer einen Monat zu spät abführen. Das ist umsatzsteuerlich auch unschön, aber vielleicht nicht ganz so schlimm, weil das gleicht sich ja alles im Laufe der Zeit dann wieder aus. Spätestens über die Jahreserklärung wäre alles, was unterjährig nicht ganz richtig gelaufen ist, dann auch wieder geheilt an der Stelle. Hier bei der Überbrückungshilfe hat es aber eine elementare Bedeutung, weil jeder einzelne Monat zählt. Also deswegen einfach der Hinweis von uns an Sie als prüfender Dritter. Sie müssen sich überlegen, ob Sie dieses Fass aufmachen und da vielleicht dann doch mal so ein bisschen Kontrollen machen, sich die internen Abläufe in den Unternehmen anschauen und mal schauen, ob es diese Problematik gibt oder nicht. Jetzt für die Praxis der Hinweis. Wenn das eine Vielzahl von Einzelleistungen ist, jeden Tag werden Leistungen erbracht und da gibt es Unschärfen über den Monatswechsel, dann ist das vielleicht im Ergebnis gar nicht so ganz schlimm. Ich würde das ganz große Fass nicht aufmachen, denn das machen die a jeden Monat vielleicht ein bisschen falsch und das haben Sie ja nicht nur in den Förderzeiträumen falsch gemacht. Das haben Sie in den Vergleichsmonaten auch falsch gemacht, sodass wahrscheinlich keine erhebliche Auswirkung auf die Förderhöhe hier entstehen würde. Aber das muss man von Fall zu Fall sich natürlich anschauen. Aber denken Sie mal an einen anderen extremen Fall. Sagen wir mal, Sie haben vielleicht als Mandanten einen Anlagenbauer. Und dieser Anlagenbauer hat eine Anlage fertiggestellt und sie wurde abgenommen am 28. September. Dann ist Leistungserbringungsmonat der September. Wenn jetzt der Anlagenbauer diese Rechnung für diese Anlage über vielleicht, keine Ahnung, 200.000 Euro, aber erst am 4. Oktober schreibt, am 4. Oktober auch erst verbucht, dann hätten Sie natürlich eine elementare Auswirkung. Also Sie merken schon, da muss man so ein bisschen differenzieren, was für Mandanten hat man. Aber man sollte sich auf jeden Fall dieser Problematik hier bewusst sein. Es kommt nur auf den Leistungserbringungsmonat dann an. Wie ist das Ganze beim Istversteurer? Na ja, das ist ein bisschen einfacher, wobei auch wieder nicht ganz. Wir haben dort ein Wahlrecht. Also beim Istversteurer können Sie nehmen den Zeitpunkt des Zahlungseingangs, so wie wir es bei der Umsatzsteuer auch machen. Oder Sie hätten ein Wahlrecht. Sie können auch nehmen den Leistungserbringungsmonat. Aber auch da muss man für die Praxis wieder ganz klar sagen, da werden wir in der Regel ja Einnahmeüberschussrechner haben. Da wird es wahrscheinlich nicht um die riesige Summe an Fördermitteln gehen. Also muss man schon sehr genau überlegen, ob man das fast aufmachen möchte, dass man abweichend von der Buchhaltung, von der umsatzsteuerlichen Berücksichtigung jetzt das Ganze dem Leistungserbringungsmonat zuordnet. Aber auch hier kann es natürlich Fälle geben, wo das Ganze Sinn macht. Man muss zumindest mal darüber nachdenken, auch wenn der Standardfall mit Sicherheit sein wird. Das ist genau wie wir da Umsatzsteuer machen. Wir fassen es im Monat des Zahlungseingangs. Okay, das sind die grundsätzlichen Umsätze. Jetzt gibt es aber so ein paar Besonderheiten, da müssen wir uns jetzt auch weiter mit beschäftigen. Erster Punkt wären die erhaltenen Anzahlungen. Also erhaltene Anzahlungen führen grundsätzlich auch zu Umsätzen, sind also dementsprechend dann im Zweifel im Monat des Zahlungseingangs zu berücksichtigen. Und das vielleicht schwierigste Thema für die Praxis, das sind die Fälle der nicht monatlichen Abrechnung. Denn hier öffnen sich uns jetzt vielfältige Wahlrechte und die sich dementsprechend unterschiedlich auch auf die Höhe der Erbrückungshilfe auswirken können. Wenn wir jetzt nicht monatliche Abrechnungen haben, dann sagen uns die FAQs, wenn man alle Sätze zusammennimmt im Ergebnis, wir können sie berücksichtigen im Leistungserbringungsmonat, im Monat des Zahlungseingangs, das würde nur beim Istversteuerer gehen. Oder wir können gleichmäßig verteilen, also nach Zeitanteilen. Oder wir können auch andersartig verteilen, nach anderen Kriterien. Wobei wir dann schon so ein bisschen sagen müssen, was für Kriterien sind das dann gewesen. Und hier können wir halt, wie gesagt, erhebliche Auswirkungen, erhebliche Verschiebungen haben. Ich komme jetzt aus dem Bereich des Ertragssteuerrechts. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Umsatzsteuerexperte, aber ein kleines Problem möchte ich von Anfang an Ihnen schon mal mitgeben. Stellen Sie sich mal vor, der Mandant schreibt eine Rechnerische drin. Für die Monate Januar bis Juni berechnen wir Ihnen 6.000 Euro. Dann müssten Sie sich als erstes mal die Frage stellen, ist es eine teilbare Leistung, ja oder nein? Wenn die Leistung nicht teilbar wäre, dann wäre der Leistungserbringungsmonat erst der Juni, nämlich wenn die gesamte Leistung vollendet ist und in dem Monat wäre es zu erfassen. Es sei denn, der Mandant hat schon früher gezahlt, dann wäre es vielleicht eine erhaltene Anzahlung. Davon abgrenzen müsste man den Fall, wenn der Mandant berechnet für Januar bis Juni monatlich 1.000 Euro und das schreibt da alles in eine Rechnung rein. Dann wird es im Zweifel eine teilbare Leistung sein und dann wäre der Leistungserbringungsmonat jeder einzelne Monat. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ja und wenn er dann im Februar zum Beispiel bezahlt, dann könnte ich vielleicht ein Sechstel im Januar zuordnen, fünf Sechstel im Februar oder ich kann alles auf die sechs Monate verteilen. Also auch da sehen Sie schon, wie komplex das ganze Thema ist, wenn man einfach nur umsatzsteuerlich mal darüber nachdenkt. Also schon losgelöst von den verschiedenen Wahlrechten, die uns hier aufgezeigt werden. Und da haben Sie ein bisschen Spielmasse. Wir haben es jetzt im Rahmen der Antragstellung erstmal irgendwie gelöst und ich möchte Sie dazu animieren, dass wenn es die Größe hergibt, also den Aufwand rechtfertigt, dass Sie nochmal darüber nachdenken, ob Sie ein Wahlrecht dann hier vielleicht anders ausüben könnten. Ich möchte Ihnen aus unserer eigenen Kanzlei gern ein Beispiel mitbringen. Wir betreuen Profisport und da ist ein klassischer Fall die Dauerkartenerlöse. Ja, also Dauerkartenerlöse wäre ein klassischer Fall einer nicht monatlichen Abrechnung. Das ist keine teilbare Leistung, also Leistungserbringungsmonat wäre erst der Monat, in dem das letzte Heimspiel stattgefunden hat. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die werden natürlich in der Regel zu Beginn der Saison oder in der Regel sogar vor der Saison bezahlt. Also wäre es vielleicht eine haltende Anzahlung, dann müsste ich es vielleicht in dem Monat berücksichtigen, wo ich das Geld bekommen habe. Oder ich überlege mir, nö, ich würde das gerne zeitanteilig aufteilen. Zeitanteilig würde vielleicht bedeuten, ich verteile es auf zwölf Monate. Oder vielleicht verteile ich es nur auf den Zeitraum, in dem Heimspiele stattfinden. Also vielleicht von September bis Mai. Das wäre zeitanteilige Aufteilung. Aber, letzte Möglichkeit an der Stelle, die FAQs ermöglichen es uns auch, andere Aufteilungskriterien hier zu wählen. Was wäre das für eine Möglichkeit? Zum Beispiel Anzahl der Heimspiele. Im September waren zwei Heimspiele, im Oktober waren drei, im Dezember war vielleicht gar keins, wie auch immer. Also die Anzahl der Heimspiele, auch das könnte ein Aufteilungsmaßstab sein. Und in diesem Beispiel merken Sie jetzt endgültig, welche Steuerungsmöglichkeiten ich habe. Nochmal, mir ist natürlich auch klar, für 3.000 Euro Überbrückungshilfe macht das keinen Sinn, da fünf Varianten durchzurechnen. Aber wenn es vielleicht 300.000 Euro Überbrückungshilfe sind, dann kann man da schon mal so ein bisschen drüber nachdenken und muss jetzt im Rahmen der Schlussabrechnung nochmal schauen, ob vielleicht eine andere Verteilung zu einem höheren Wert bei der Überbrückungshilfe führen könnte oder würde. Zum letzten Punkt kommen wir gleich. Davor möchte ich aber eine kurze Sache noch klären, nämlich diese Verteilung bei nicht monatlicher Abrechnung. Ich habe Ihnen die Wahlrechte aufgezeigt, die haben Sie nicht in vollem Umfang in allen Hilfsprogrammen. Hier unterscheiden sich mal wieder November und Dezember auf der einen Seite und die Überbrückungshilfen auf der anderen Seite. Wenn wir uns hier den Originalwort laut der FAQs mal anschauen, dann steht da halt bei der November-Dezember-Hilfe drin, erfolgt keine monatliche Abrechnung der Umsätze, zum Beispiel bei Dauerleistung, ist im Vergleichs- und Förderzeitraum konsistent von einer gleichmäßigen Verteilung der Umsätze auszugehen. Und auch die andersartige Verteilung wäre dann zulässig. Ein bisschen anders das Ganze formuliert, bei den Überbrückungshilfen, also jetzt hier mal beispielhaft aus der Überbrückungshilfe 3 herausgenommen, wenn wir da den Text lesen, dann steht da nämlich drin, erfolgt keine monatliche Abrechnung der Umsätze, zum Beispiel bei Dauerleistung, bis dann alles gleich, jetzt kommt der Unterschied, ist es zulässig von einer gleichmäßigen Verteilung der Umsätze auszugehen. Also ich hoffe, Sie merken den grammatikalischen Unterschied. Oben steht, ist anders zu verteilen und unten steht, ist es zulässig zu verteilen, als auch da müssen wir bei den Hilfsprogrammen wieder ein bisschen differenzieren. Ja, mein bunten Strauß, das sollte jetzt für Sie hier deutlich geworden sein, dass Sie dann im Zweifel nochmal einsteigen müssen. Und dann möchte ich als letztes noch hinweisen auf eine weitere Problematik oder eine Chance, wie auch immer man das sehen will, und zwar Änderung der Bemessungsgrundlage, Stichwort § 17 USTG. Da ist nämlich die Besonderheit, ich habe es nur gefunden an einer Stelle, nämlich bei 1.3 der FAQs zur Übringungshilfe 2. Da steht drin, die Auswirkungen des § 17 USTG können Sie, wenn Sie wollen, neutralisieren. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Es steht in den anderen Hilfsprogrammen nicht drin, aber ich bin der Meinung, da muss es genauso gelten. Also Beispiel, was wäre ein typischer Fall der Anwendung des § 17 USTG, das wäre die Uneinbringlichkeit einer Forderung. Also Ihr Mandant hat in einem Monat eine Rechnung geschrieben, sagen wir mal, das war der Leistungserbringungsmonat, so wie es richtig sein soll, das ist ein Sollversteuerer, dann haben Sie einen Umsatz. Sechs Monate später stellt sich heraus, der Kunde ist pleite gegangen, der kann nicht mehr bezahlen, dann haben Sie umsatzsteuerlich, sechs Monate später, eine Änderung der Bemessungsgrundlage aufgrund der Uneinbringlichkeit, also der Umsatz wird sechs Monate später wieder zurückgedreht. Und jetzt eröffnen uns die FAQs, zumindest bei der Übringungshilfe 2, hier zu sagen, wir machen es entweder genauso wie bei der Umsatzsteuer, das heißt im ersten Monat habe ich plus, sagen wir mal, 10.000 Euro Umsatz und im sechsten Monat habe ich minus 10.000 Euro Umsatz. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, diese Änderung der Bemessungsgrundlage beziehen wir zurück auf den Monat der Leistungserbringung, also würden es neutralisieren, mit dem Ergebnis im Monat eins hätten wir dann 0 Euro und im Monat sechs hätten wir auch 0 Euro. Was davon Sie anwenden, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wann ist der Zahlungsausfall erfolgt. Wenn der Zahlungsausfall in einem Fördermonat erfolgt ist, dann würde ich diesen negativen Umsatz im Fördermonat natürlich gerne mitnehmen, weil im Zweifel die Leistungserbringung in einem Vergleichsmonat ist und dann bekomme ich sehr viel mehr Hilfe an der Stelle. Wenn jetzt aber die Leistungserbringung in einem Fördermonat liegt und der Ausfall vielleicht nach dem Fördermonat, na dann werde ich es auf jeden Fall zurückbeziehen wollen, weil ich sonst in meinem Fördermonat einen Umsatz positiv drin hätte, den ich nie realisiert habe. Das will ich natürlich nicht. Dafür möchte ich dann natürlich auch den Umsatzeinbruch im Rahmen der Überbrückungshilfe dann hier gelten machen. Also auch an dem Beispiel sehen Sie, es ist viel mehr als nur so ein bisschen die Zahlen aus der Umsatzsteuervormeldung zusammenzustellen und da irgendwie reinzubringen. Also wir haben dort Gestaltungsspielräume auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir jetzt prüfende Dritte, aber auch gewisse Verpflichtungen, die wir hier ganz klar erkennen müssen, weil am Ende unterschreiben wir natürlich auch, dass es irgendwie alles halbwegs plausibel ist, was wir für den Mandanten dann hier dementsprechend erklärt haben. Gut, ich glaube an diesen Ausführungen ist deutlich geworden, wir werden relativ häufig Fälle haben, bei denen der Umsatz in der Überbrückungshilfe nicht dem Umsatz in der Umsatzsteuervormeldung entspricht. Was können das für Fälle sein? Ich habe Ihnen die wichtigsten hier mal zusammengestellt. Also der Istversteuerer wählt den Leistungserbringungsmonat oder zweite Möglichkeit, Dauerleistungen werden verteilt oder Änderungen der Bemessungsgrundlage werden neutralisiert. Anzahlungen werden verteilt oder diese von mir zu Beginn angesprochenen Ungenauigkeiten in Umsatzsteuervormeldung werden für die Überbrückungshilfe korrigiert. Egal welchen Fall Sie von dieser Aufzählung haben, Sie werden immer die Situation haben, dass der Umsatz laut Umsatzsteuervormeldung nicht dem Umsatz laut Überbrückungshilfe dann entspricht. Sie müssen an der Stelle wissen, da unterschreiben Sie auch irgendwie für, wird ein Haken gesetzt und so weiter, es wird einen umfangreichen Datenabgleich geben. Das heißt, Ihre eingereichte Schlussabrechnung wird per Computer automatisch abgeglichen mit den Umsatzsteuervormeldungen und aus den geschilderten Gründen wird das irgendwie nicht zusammenpassen und dann wird der Computer auf jeden Fall sagen, halt stopp, hier stimmt glaube ich was nicht, das müssen wir auf jeden Fall mal korrigieren. Und deswegen gebe ich Ihnen mit an die Hand, wenn Sie solche Abweichungen haben, sollten Sie schon bei der Erstellung der Schlussabrechnung, das in Ihren internen Unterlagen zunächst mal umfangreich dokumentieren, denn Sie können sehr sicher sein, dass es da eine Rückfrage der Bewilligungsstelle geben wird und dann sind Sie da sehr auskunftsfreudig, wenn Sie das dementsprechend bei der Erstellung der Schlussabrechnung für sich intern schon dokumentiert haben. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wie man da gewappnet sein sollte. Zum Abschluss habe ich Ihnen, um so ein bisschen den Praxisbezug nochmal zu machen, habe ich Ihnen mal zwei Ausschnitte aus dem eigentlichen Antragsportal mitgebracht, also zwei Screenshots. Das können Sie jetzt im Detail nicht alles lesen, das ist auch nicht ganz so schlimm. Da steht im Prinzip in der Ausfüllhilfe des Schlussabrechnungsportals mehr oder weniger das drin, was ich Ihnen etwas ausführlicher jetzt erklärt habe. Aber einen Punkt habe ich mal markiert und den schauen wir uns doch mal an. Und zwar steht da dann nämlich drin, prüfende Dritte berücksichtigen bei der Bestätigung der endgültigen Umsatzzahlen, insbesondere Umsatzsteuervormeldung, Jahresabschluss, Umsatzsteuererklärung etc. Wir haben eben gelernt, ja, das können wir gerne berücksichtigen, wird nicht so viel helfen, weil im Zweifel stimmt es nicht überein. Aber auch hier nochmal der Hinweis, unsere Pflichten als prüfende Dritte, diese Unterlagen müssen wir natürlich haben und müssen wir bei unserer Prüfung dann natürlich auch mit einbeziehen. Okay, wenn Sie die Schlussabrechnung erstellen, dann werden Sie feststellen, die Schlussabrechnung ist bei den Umsatzerlösen, so wie bei den Fixkosten auch, schon vorbelegt. Also in allen Zellen stehen erstmal die Dinge drin, die Sie beim ursprünglichen Antrag dort eingetragen haben und Sie haben auch nochmal sicher jetzt nach diesem Video erkannt, das dürfen wir nicht einfach ungeprüft übernehmen, da müssen wir an jede Zahl im Zweifel nochmal ran und müssen die dann auch nochmal prüfen, ob sie richtig ist, ob ich das Wahlrecht anders ausüben kann etc. Also auch das soll ein bisschen die Botschaft sein. Obacht hier bei den Schlussabrechnungen. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der bisher bei der Antragstellung immer ein Problem war, der jetzt aber technisch gelöst ist, denn Sie wissen alle, einen Umsatzeinbruch dürfen Sie nur dann gelten machen, sodass er zu förderfähigen Fixkosten führt, wenn dieser Umsatzeinbruch Corona-bedingt ist. Bei der Antragstellung hatten wir häufig das Problem, da hatten wir einen Umsatzeinbruch in einem speziellen Monat, wir wussten es aber nicht Corona-bedingt. Und das Programm hat aber gesagt, wenn der Umsatzeinbruch da ist, dann gibt es die Förderung. Und da haben ganz viele Teilnehmer in den Seminaren mal gefragt, ja wie löse ich das denn? Gesagt, naja, da müssen wir so ein bisschen mogeln. Ich habe dann immer empfohlen, passen Sie die Zahlen im Vergleichszeitraum 2019 so an, dass Sie keinen Umsatzeinbruch haben, dann kommt die richtige Förderung am Ende dann auch raus, nämlich für diesen einen speziellen Monat halt gerade nicht. Dieses Problem hat man jetzt gelöst im Rahmen der Schlussabrechnung und zwar finden Sie einen weiteren Screenshot. Hier wären wir jetzt bei den Umsätzen im Vergleichszeitraum und im Fördermonat und hier sehen Sie, es ist eine Spalte eingefügt worden. Wir können jetzt anhaken, ob ein Umsatzeinbruch in einem bestimmten Monat vielleicht nicht Corona-bedingt wäre. Und wenn Sie jetzt hier zum Beispiel Umsatzeinbruch 98% hätten, würden wir sagen, der ist nicht Corona-bedingt. Dann machen Sie dort den Haken und dann gibt es für den Monat keine Förderung. Also hier die technische Umsetzung jetzt angepasst und damit ganz einfach. Tja, die Frage, wann ein Umsatzeinbruch Corona-bedingt ist und wann nicht, auch das ist natürlich ein großes Thema. Auch das haben wir in unserem Webinar aufgegriffen, haben es ausführlich dort besprochen. Ehrlicherweise muss man auch sagen, es gibt nicht auf jede Frage hier die richtige Antwort, ist der Umsatzeinbruch Corona-bedingt ja oder nein. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen gerne das Webinar ans Herz legen. Wie gesagt, Details finden Sie in der Videobeschreibung oder Sie können es auch auf unserer Homepage Haas-Seminare dann dementsprechend erwerben. Für den Moment soll es das von mir gewesen sein. Ich glaube und hoffe, Probleme sind erkannt. Sie schieben das Thema nicht allzu weit in die Zukunft, bitte beschäftigt sich alsbald mit den Schlussabrechnungen und dann werden Sie die hoffentlich auch erfolgreich absolvieren. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. In einem kostenlosen Video, im Seminar oder wo auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank.